Die Natur erwacht, die Sonne lacht, die Tage werden wieder länger. Jeder Aufenthalt im Freien ohne ausreichenden Schutz vor der Sonne kann Ihre Haut schädigen. Im schlimmsten Fall kann Hautkrebs entstehen. Also schützen Sie Ihre Haut, denn Ihre Haut schützt Sie auch. Es gibt drei Arten von Massnahmen, die Ihnen dabei helfen können, sich und Ihre Haut zu schützen. Arbeiten Sie möglichst im Schatten. Nutzen Sie vorhandenen Schatten oder versehen Sie ungeschützte Arbeitsplätze im Freien mit Schattenspendern. Das können beispielsweise Wetterschutzzelte, Sonnenschirme oder Sonnensegel sein. Und wenn Sie ein Fahrzeug bedienen, dann sollte die Fahrzeugkabine immer geschlossen, überdacht und klimatisiert sein. Organisatorische Massnahmen Sonnenschutz kann man planen. Informieren Sie sich über die Risiken von Sonneneinstrahlung und die möglichen Schutzmassnahmen. Achten Sie darauf, dass möglichst alle Arbeitsplätze im Schatten liegen. Oder sorgen Sie für entsprechende Schutzmaßnahmen. Passen Sie Ihre Arbeitszeiten an die Sonnenstrahlung an und nutzen Sie soweit möglich die Morgen- oder Abendstunden. Wenn es machbar ist, bereiten Sie einzelne Elemente im Schatten oder im Innenbereich vor. Arbeiten Sie nach dem Rotationsprinzip. Wechseln Sie also untereinander von Arbeiten in der Sonne zu Plätzen im Schatten. Und auch Pausen müssen sein, aber bitte im Schatten oder noch besser im Innenbereich. Persönliche Massnahmen Schützen Sie Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung. Tragen Sie stets eine angemessene Kopfbedeckung. Wenn Sie bei der Arbeit einen Helm tragen müssen, sollten Sie diesen zusätzlich mit einem Nackentuch ausstatten. So sind Ihre Ohren und Ihr Nacken geschützt. Denken Sie aber auch an Ihre Augen. Eine Sonnenbrille mit UV-Filter und seitlicher Abschirmung mildert UV-Strahlung ab. Zusätzlich sollten Sie lange, atmungsaktive Bekleidung tragen, die Arme und Beine bedeckt. Alle Hautstellen, die nicht bedeckt werden können, müssten mit UV-Schutzmitteln, mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher, regelmäßig eingecremt werden. Wenn Sie diese Massnahmenarten berücksichtigen, lacht nicht nur die Sonne, sondern auch Sie.